Hallo meine lieben Freunde es gibt wieder was zu gewinnen und heute gibt es kein Spiel es gibt heute Software also für den PC bzw Mac aber ich wollte meinen auch für Android lasst mich jetzt lügen ich wollte meinen das ist auch für Android verfügbar jedenfalls geht es um AVG PC TuneUp 2015 und besser bekannt unter TuneUp Utilities damals wurde ja übernommen von AVG heißt jetzt dementsprechend AVG PC TuneUp und ja ich habe 10 Keys bekommen von AVG an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank und ja wie ihr daran teilnehmen könnt ihr müsst lediglich eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.gamers-check.de warum ihr jenes Programm braucht also jetzt nicht schreiben ich brauche das weil darum sondern halt wirklich einen speziellen Grund was das Programm macht ist eigentlich ganz einfach erklärt das Programm durchsucht deinen PC auf mögliche Fehlerquellen beziehungsweise Dateien die du gar nicht mehr brauchst sprich fehlerhafte Verknüpfungen Verknüpfungen die du nicht mehr benutzt seit keine Ahnung was kannst du aber alles einstellen ob du löschen möchtest oder nicht es gibt eine Einglickwartung wo alles im Schnelldurchgang läuft sprich wirklich alles sprich Defragmentierung die Registrierung also die Registrierung von welchem Programm hast du nicht gesehen und es gibt auch einen sogenannten Flugmodus wo das Ding dann sozusagen im Hintergrund läuft gut das Ding läuft sowieso immer im Hintergrund aber im Flugmodus ist halt ja wird der Akku ein bisschen geschont und ja das war soweit wie gesagt schreibt eine E-Mail die schreibe ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung das ganze läuft bis zum ja nächste Woche irgendwann ähm wir haben jetzt den fünften ich würde sagen wir machen bis zehnte wäre fünf machen wir bis zwölften machen wir bis zum zwölften achten sprich das Ding läuft eine Woche und ja mal sehen wer alles mitmacht das Ding läuft natürlich auch extern nochmal auf dem Blog und dann war es das von mir wenn doch irgendwelche Fragen sind schreibt es mir rein ich äh erkläre euch das gerne soweit ansonsten könnt ihr auch gerne auf dem TeamSpeak kommen da kann ich euch das auch nochmal ein bisschen näher erläutern und ansonsten Prozent wenn ihr auf dem TeamSpeak kommt dann müsste halt jemanden von uns anschreiben und am besten mich die Crazy Feak und dann holen wir euch dann rein und dann erkläre ich euch das und so weiter und so fort es ist ein sehr cooles Tool ich benutze es schon seit auch keine Ahnung wie lang zu lange ich habe Utilities nie benutzt äh TuneUp Utilities da habe ich damals ein Problem mit gehabt ich hatte das installiert und dann auf einmal war mein PC nicht mehr so wie vorher und jetzt mit PC TuneUp also AVG PC TuneUp läuft das ganze doch recht flott also ja doch also ich ich kann es empfehlen nicht jedem gefällt es vielleicht aber ich kann da nicht meckern ansonsten war es das von meiner Seite und ja ich freue mich auf eure E-Mails in diesem Sinne Grünjau und Tschüss